einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen angezockt ich hatte das schon mal angespielt ariel knights koffee spreche ich aus neval yidl aber die datei ist mir defekt hier also da war er also defekt jetzt nicht ganz also man konnte hat er tun man hatte bild aber etwa ein bisschen asynchrohn da ich halt auf der ps5 jetzt zocke und das ist ein ps5 spiel mit hoher bitrate und da kam die festplatte nicht hinterher und jetzt habe ich das alles geändert dass ich auf ssd aufnehme wir sind jetzt schon im zweiten level und das ganze spiel besteht eigentlich nur aus weg rennen wir können runter gläten und hoch springen können wir wir sind da durchkommen Das war's für heute. Oh, die Guna drunter. Steh ich nicht. Oh, die Guna drunter. Oh, die Guna drunter. Oh, die Guna drunter. Oh, die Guna drunter. Oh, Mist. Oh, die Guna drunter. Mist. Oh, die Guna drunter. Jetzt komme ich wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich werde nur im richtigen Moment richtig drücken, aber da ich halt ein bisschen raus war. Ich werde nur im richtigen Moment richtig drücken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich falsch gedrückt. Da hätte ich nach oben gedrückt. Nach hinten drücken müssen. Da habe ich falsch gedrückt. Da habe ich falsch gedrückt. Ich bin so zu dem flowy gewesen mit dem springen. Ich habe nach unten gedrückt. 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 Das war euphvoll scanfakt. Ich habe nach unten gedrückt. Ichkilöse aus sich bloß. Ach! Ach! Oh, falsch! . . . . . . Oh, leg mich doch am Arsch. 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 Ach, rot, ja. Rot war hoch. Solida runter. Gelb nach hinten. Und rot. Ach. 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 Die bestimmte Punkte, die man machen kann. So, gelb nach hinten. Muss ich Hände merken. Gelb nach hinten. Lila runter. Rot hoch. Und dann geht das eigentlich auch ganz flüssig. Ja. Ja. Ach. 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 Das haben wir mitgenommen. Und jetzt bin ich wieder gestorben. Obwohl ich nach oben gedrückt habe. Mal sterben lassen. Ach. 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 Ich weiß auch nicht, ob das reicht, wenn ich das immer mitnehmen muss. Oder ob ich das hier mal mitnehmen muss. Oh! 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 Knapp! Knapp! Oh! 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 Und da! Weißt du, wieso bin ich... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Oh, das war gut. Das ist Level 3 im Ruckzuck erledigt. Und das N haben wir. Oh, fuck. Oh, das war schon. Dann kann ich die Minispiele nicht nur weiterspielen. Und so ist halt die ganze Zeit. Oh, das war schon. Aber ich würde sagen, das reicht auch. Ich würde jetzt anzocken. So, insgesamt gibt es 25 Trophäen im Spiel. Platin ist natürlich auch mit bei. Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level 10, Level 11, Level 12, Level 13. Und dann bei den anderen Trophäen müsste man dann halt gucken, was ihm da noch fehlt. Clear all levels. Full, also da fehlt in Level 5 was. Unlock alle Outfits. Also man kann auch Outfits bekommen. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Und Jumps and Row. Also da müsste man dann übersetzen. Aber sieht machbar aus. Könnte eine einfache Platin werden für durchspielen, denke ich mal. Wenn man alles beachtet. Also ich muss sagen, obwohl die Grafik ist ganz gut. Und obwohl es jetzt hier kein AAA oder so ist, macht es unheimlich Spaß. Außer jetzt, wo es dann langsam echt schwerer wird. Hat es mir wirklich Spaß gemacht. Auch das erste Level. Und ja. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt auch weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.